Dialog 1 Ein Gespräch über Seifenblasen In diesem Gespräch unterhalten sich Anna und Paul über Seifenblasen. Sie tauschen ihre Begeisterung für diese luftigen Gebilde aus, sprechen über ihre Entstehung und haben Spaß beim Spielen mit Seifenblasen. Hey Paul, hast du schon einmal Seifenblasen gemacht? Ich finde sie einfach zauberhaft. Hallo Anna, ja, Seifenblasen sind wirklich faszinierend. Ich erinnere mich daran, als ich als Kind zum ersten Mal eine Seifenblasenmaschine hatte. Das war großartig. Wie entstehen Seifenblasen eigentlich? Seifenblasen entstehen, wenn man Seifenlauge mit Wasser mischt und dann vorsichtig durch einen Seifenblasenring oder einen Seifenblasenstab pustet. Die Seifenlauge bildet eine dünne Schicht, die die Luft einschließt und so die Blase bildet. Hast du eine Lieblingsfarbe für Seifenblasen? Ich finde bunte Seifenblasen am schönsten. Es macht Spaß, verschiedene Farben zu sehen, wenn das Sonnenlicht durch die Blasen schimmert. Wie lange halten Seifenblasen eigentlich? Die Lebensdauer einer Seifenblase kann variieren, aber im Allgemeinen halten sie nur für kurze Zeit, bevor sie platzen. Aber es ist erstaunlich, wie sie in der Luft schweben und sich bewegen können, solange sie intakt sind. Hast du schon einmal versucht, größere Seifenblasen zu machen? Ja, das habe ich. Es gibt spezielle Seifenblasenringe oder Stäbe, mit denen man größere Seifenblasen machen kann. Es erfordert etwas Übung und Geduld, aber wenn man es schafft, ist das Ergebnis beeindruckend. Es ist toll, wie sich die großen Blasen in der Luft ausbreiten. Hast du einen Tipp, wie man die perfekte Seifenblase macht? Ein wichtiger Tipp ist, die Seifenlauge gut zu mischen und vorsichtig zu pusten, um die Blase nicht zu schnell zum Platzen zu bringen. Außerdem kann es helfen, an einem windstillen Ort zu sein, damit die Blasen nicht direkt wegfliegen. Wie fühlst du dich, wenn du Seifenblasen machst? Es macht mich glücklich und entspannt, Seifenblasen zu machen. Es ist wie eine kleine Auszeit vom Alltag. Es bringt auch das innere Kind in mir zum Vorschein. Ich kann stundenlang mit Seifenblasen spielen. Möchtest du es einmal ausprobieren? Auf jeden Fall. Es klingt nach einer Menge Spaß. Lass uns doch das nächste Mal zusammenkommen und Seifenblasen machen. Ich bin sicher, wir werden eine tolle Zeit haben. Das klingt super. Ich freue mich schon darauf. Seifenblasen sind wirklich etwas Magisches. Es war schön, mit dir über Seifenblasen zu sprechen, Anna. Ja, definitiv. Es ist schön, dass wir beide diese Begeisterung für Seifenblasen teilen. Ich kann es kaum erwarten, sie gemeinsam zu machen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Ehrenamtliche Arbeit im Gemeindezentrum Hey, Tim. Ich habe gehört, du engagierst dich ehrenamtlich in einem Gemeindezentrum. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ja, Sophie. Ich arbeite schon seit einigen Monaten als Freiwilliger dort. Es ist eine großartige Erfahrung. Ich unterstütze bei verschiedenen Aktivitäten und helfe den Menschen in der Gemeinde. Das klingt wirklich toll. Tim, was für Aufgaben hast du dort übernommen? Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Organisation von Veranstaltungen, die Betreuung von Kindern bei Nachhilfeprojekten und die Unterstützung älterer Menschen bei alltäglichen Aufgaben. Das hört sich nach einer vielfältigen Tätigkeit an. Tim, hast du eine bestimmte Erfahrung gemacht, die dich besonders berührt hat? Ja, definitiv. Es gab einen älteren Herrn, dem ich regelmäßig bei seinen Einkäufen geholfen habe. Er war sehr dankbar und wir haben uns oft angeregt unterhalten. Es war schön zu sehen, wie sehr ihm meine Unterstützung geholfen hat. Das ist wirklich rührend, Tim. Es ist toll, wie man durch ehrenamtliche Arbeit direkten Einfluss auf das Leben anderer Menschen haben kann. Hast du noch weitere Erfahrungen gemacht? Ja, zum Beispiel habe ich auch bei einem Sommercamp für Kinder mitgearbeitet. Es war eine Woche voller Spiele, Bastelaktivitäten und Ausflüge. Es hat mich glücklich gemacht zu sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten und wie sie neue Freundschaften knüpften. Das klingt nach einer fantastischen Erfahrung, Tim. Ich kann mir vorstellen, wie schön es ist, Kindern eine tolle Zeit zu bereiten. Hast du während deiner ehrenamtlichen Arbeit auch neue Freundschaften geschlossen? Oh ja. Auf jeden Fall. Ich habe viele andere Freiwillige kennengelernt, die ebenfalls im Gemeindezentrum tätig sind. Wir haben uns angefreundet und unterstützen uns gegenseitig bei unseren Projekten. Es ist toll, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein. Das ist wunderbar, Tim. Es ist schön zu hören, dass die ehrenamtliche Arbeit nicht nur den Menschen in der Gemeinde zugute kommt, sondern auch neue soziale Kontakte ermöglicht. Wie hat dich diese Erfahrung insgesamt verändert? Die ehrenamtliche Arbeit hat meine Perspektive erweitert und mir gezeigt, wie wichtig es ist, anderen zu helfen. Ich schätze mein eigenes Leben noch mehr und bin dankbar für das, was ich habe. Es ist ein erfüllendes Gefühl, etwas Gutes für andere Menschen zu tun. Das kann ich gut nachvollziehen, Tim. Ich finde es großartig, wie viel man durch ehrenamtliche Arbeit selbst zurückbekommt. Ich werde mich auch mal nach einer Möglichkeit umschauen, mich zu engagieren. Das ist eine tolle Idee, Sophie. Du wirst sicherlich eine bereichernde Erfahrung machen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite. Danke, Tim. Das ist sehr nett von dir. Ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, wenn ich Fragen habe. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Hey David! Hast du ein Lieblingslied, das dich immer inspiriert? Ich finde Musik so motivierend. Oh ja, Lisa. Musik ist wirklich kraftvoll. Es gibt ein Lied, das ich immer höre, wenn ich eine Portion Motivation brauche. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch ein paar Lieblingslieder, die mich inspirieren. Eines davon ist, Eye of the Tiger von Survivor. Es erinnert mich daran, meine Träume zu verfolgen und niemals aufzugeben. Das ist ein großartiger Song, Lisa. Er hat so viel Energie. Mein Lieblingslied ist, Hall of Fame, von The Script. Es ermutigt mich, hart zu arbeiten und meine Ziele zu erreichen. Das Lied kenne ich auch. Es ist wirklich inspirierend. Gibt es noch andere Lieder, die dich motivieren? Definitiv. Happy, von Pharrell Williams ist auch ein Lied, das mir immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und mich positiv stimmt. Oh ja. Das ist ein echter Stimmungsmacher. Ein weiteres inspirierendes Lied für mich ist, Brave, von Sarah Bareilles. Es ermutigt mich, mutig zu sein und mich selbst auszudrücken. Das ist ein schönes Lied, Lisa. Die Texte sind wirklich motivierend. Musik hat die Kraft, unsere Stimmung zu heben und uns zu inspirieren, nicht wahr? Absolut, David. Es ist erstaunlich, wie Musik uns beeinflussen kann. Manchmal hilft mir ein Lied, wenn ich mich niedergeschlagen fühle oder neue Energie brauche. Das kann ich gut nachvollziehen, Lisa. Musik ist wie eine Therapie für die Seele. Hast du noch andere Lieblingslieder? Ja. Imagine von John Lennon ist auch eines meiner Favoriten. Es erinnert mich daran, eine bessere Welt zu träumen und an Frieden und Einheit zu glauben. Das ist ein zeitloses Lied mit einer starken Botschaft. Ein weiteres Lied, das mich immer inspiriert, ist, Don't Stop Believing, von Journey. Es ermutigt mich, an mich selbst zu glauben und niemals aufzugeben. Das Lied ist so motivierend, David. Es erinnert uns daran, dass wir immer an unsere Träume glauben sollten. Musik kann wirklich eine Quelle der Inspiration sein. Definitiv, Lisa. Die Melodien und Texte können uns in schwierigen Zeiten aufbauen und uns daran erinnern, dass wir alles erreichen können, was wir uns vornehmen. Das ist wahr, David. Ich bin dankbar für die Kraft der Musik in meinem Leben. Es gibt mir Hoffnung und inspiriert mich, das Beste aus mir herauszuholen. Ich fühle genauso, Lisa. Es war schön, unsere Lieblingslieder zu teilen und darüber zu sprechen, wie sie uns beeinflussen. Musik verbindet uns auf besondere Weise. Auf jeden Fall, David. Danke, dass du deine Lieder mit mir geteilt hast. Lass uns weiterhin von der Musik inspiriert werden. Gern geschehen, Lisa. Lasst uns gemeinsam die Kraft der Musik nutzen, um uns gegenseitig zu motivieren und inspirieren. Musik ist etwas Besonderes. Absolut. David, lasst uns weiterhin unsere Lieblingslieder genießen und sie als Quelle der Inspiration in unserem Leben nutzen. Das machen wir, Lisa. Musik wird uns immer begleiten und uns positiv beeinflussen. Dialog 4 Kindheitserinnerungen. Eine Reise in die Vergangenheit. In diesem Dialog tauschen sich Anna und Tim über ihre Kindheitserinnerungen aus. Sie erinnern sich an besondere Momente und teilen ihre liebsten Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Hallo Tim. Weißt du noch, wie es war, als wir Kinder waren? Welche Erinnerungen hast du an unsere gemeinsame Zeit? Hallo Anna. Ja, natürlich erinnere ich mich. Unsere Kindheit war voller Abenteuer und Spaß. Ich erinnere mich besonders gerne an die Tage, an denen wir draußen gespielt und die Nachbarschaft erkundet haben. Oh ja, das waren tolle Zeiten. Wir haben so viele Spiele gespielt und uns stundenlang im Freien amüsiert. Eines meiner Lieblingsspiele war Verstecken. Wir haben uns immer die verrücktesten Verstecke ausgedacht. Stimmt, Verstecken war immer lustig. Und erinnerst du dich an den Sommer, als wir eine Baumhütte gebaut haben? Das war definitiv eines meiner besten Kindheitserlebnisse. Oh ja, die Baumhütte war unser geheimer Rückzugsort. Wir haben Stunden damit verbracht, darin zu spielen und uns Geschichten auszudenken. Es fühlte sich an, als wären wir die Könige des Dschungels. Und wie können wir den Besuch im Freizeitpark vergessen? Der Tag, an dem wir Achterbahn gefahren sind und uns wie Helden gefühlt haben. Diese Aufregung und der Nervenkitzel sind unvergesslich. Absolut. Der Freizeitparkbesuch war definitiv ein Höhepunkt unserer Kindheit. Ich erinnere mich, wie wir uns in die verschiedenen Fahrgeschäfte gestürzt haben und vor Aufregung gelacht haben. Ein weiteres Highlight war das Zelten im Garten. Wir haben das Zelt aufgebaut, Geschichten erzählt und unter dem Sternenhimmel geschlafen. Das war wie ein kleines Abenteuer direkt vor unserer Haustür. Ja, das war magisch. Wir haben uns vorgestellt, dass wir in der Wildnis campen und jeden Moment etwas Aufregendes passieren könnte. Diese Vorstellungskraft und Unbeschwertheit vermisse ich manchmal. Ich vermisse es auch, Anna. Aber wir können diese wertvollen Erinnerungen in unserem Herzen tragen und immer wieder auf sie zurückblicken. Sie werden für immer ein Teil von uns sein. Das ist wahr, Tim. Unsere Kindheitserinnerungen haben uns geprägt und werden immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben. Es ist schön, sich daran zu erinnern und zu wissen, dass wir eine unvergessliche Zeit zusammen hatten. Auf jeden Fall, Anna. Lass uns diese Erinnerungen schätzen und sie mit anderen teilen, damit auch Sie die Freude unserer Kindheit spüren können. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Die Auswirkungen der Technologie auf das Sprachenlernen In diesem Gespräch erkunden zwei Freunde die Einflüsse der Technologie auf das Sprachenlernen. Sie diskutieren die Vor- und Nachteile von Online-Ressourcen, Sprachlern-Apps und virtuellen Kursen. Hey, Max. Ich habe bemerkt, dass viele Leute heutzutage Technologie verwenden, um Sprachen zu lernen. Was denkst du darüber? Ja, Sophie. Die Technologie hat definitiv einen großen Einfluss auf das Sprachenlernen. Es gibt so viele Ressourcen online, die uns dabei unterstützen können. Das ist wahr, Maximal. Ich habe zum Beispiel von Sprachlern-Apps gehört. Hast du persönliche Erfahrungen damit? Ja. Ich habe eine Sprachlern-App ausprobiert und fand sie ziemlich nützlich. Man kann unterwegs lernen und sein eigenes Tempo wählen. Aber man sollte auch andere Ressourcen nutzen, um die Sprache wirklich zu beherrschen. Das macht Sinn. Maximal. Die Apps können als Ergänzung dienen, aber es ist wichtig, auch mit anderen Menschen zu sprechen und die Sprache in der Praxis anzuwenden. Gibt es noch andere technologische Hilfsmittel, die du empfehlen würdest? Ja. Virtuelle Kurse sind eine gute Option. Man kann bequem von zu Hause aus lernen und trotzdem einen qualifizierten Lehrer haben. Es ist wie ein regulärer Kurs, nur online. Das klingt praktisch, maximal. Aber gibt es auch Nachteile bei der Verwendung von Technologie für das Sprachenlernen? Ja. Sicher. Manche Leute können leicht abgelenkt werden, wenn sie online lernen. Es erfordert Disziplin, sich zu konzentrieren und motiviert zu bleiben. Außerdem kann die persönliche Interaktion fehlen. Das ist ein guter Punkt. Maximal. Es ist wichtig, sich selbst zu motivieren und die Online-Welt nicht von der realen Welt abzuschneiden. Hast du noch Tipps für jemanden, der Technologie beim Sprachenlernen einsetzen möchte? Ja. Definitiv. Zunächst sollte man die richtigen Ressourcen auswählen, die zu den eigenen Lernbedürfnissen passen. Dann ist es wichtig, regelmäßig zu üben und sich Ziele zu setzen. Und natürlich nicht aufgeben, auch wenn es manchmal schwierig erscheint. Das sind großartige Tipps, maximal. Ich denke, ich werde auch einige Technologien beim Sprachenlernen ausprobieren. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Gern geschehen, Sophie. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Spaß beim Entdecken der technologischen Möglichkeiten beim Sprachenlernen. Dialog 6 Ein neues Rezept ausprobiert In diesem Gespräch teilen Lisa und Tim ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke beim Ausprobieren eines neuen Rezepts. Sie tauschen sich über ihre Herausforderungen, Erfolge und den Geschmack des Gerichts aus. Hey Tim, hast du schon einmal ein neues Rezept ausprobiert? Ich habe neulich etwas Neues gekocht und es war eine interessante Erfahrung. Ja, Lisa, ich habe vor kurzem auch ein neues Rezept ausprobiert. Es ist aufregend, etwas Neues zu kochen und zu sehen, wie es schmeckt. Auf jeden Fall, Tim. Ich habe versucht, ein veganes Curry zuzubereiten. Es war eine Herausforderung, da ich noch nie zuvor mit veganen Zutaten gekocht habe. Das klingt spannend, Lisa. Wie ist es dir gelungen? Es war nicht so einfach, Tim. Ich musste einige neue Zutaten kaufen und die Anleitung genau befolgen. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Das Curry war wirklich lecker. Das freut mich zu hören, Lisa. Ich habe versucht, eine Lasagne mit selbstgemachter Soße zuzubereiten. Es war viel Arbeit, aber das Ergebnis war fantastisch. Das klingt köstlich, Tim. Es ist wirklich befriedigend, wenn man ein Gericht komplett selbst zubereitet und es dann genießen kann. Absolut, Lisa. Es gibt einem ein Gefühl von Stolz und Erfüllung. Welche Herausforderungen hattest du beim Zubereiten deines Curries? Die größte Herausforderung war es, die richtige Balance der Gewürze zu finden, da ich bisher nicht viel mit veganen Gewürzen gekocht hatte. Es erforderte etwas experimentieren, um den perfekten Geschmack zu erreichen. Das kann ich verstehen, Lisa. Gewürze können einen großen Unterschied im Geschmack machen. Bei meiner Lasagne war es eine Herausforderung, die Soße richtig einzudicken, aber mit etwas Geduld hat es geklappt. Es ist toll, dass wir beide trotz der Herausforderungen unsere Gerichte erfolgreich zubereiten konnten. Es zeigt, dass wir bereit sind, neue Dinge auszuprobieren und uns weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall, Lisa. Es ist wichtig, sich von neuen Rezepten nicht abschrecken zu lassen und einfach loszulegen. Man lernt dabei immer etwas Neues. Das stimmt, Tim. Ich denke, das Ausprobieren neuer Rezepte erweitert unseren kulinarischen Horizont und bereichert unsere Kochfähigkeiten. Ich bin ganz deiner Meinung, Lisa. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, Familie und Freunde mit neuen Gerichten zu überraschen und ihnen eine Freude zu bereiten. Das finde ich auch, Tim. Kochen kann so kreativ und inspirierend sein. Es macht Spaß, neue Geschmackskombinationen zu entdecken und seine eigenen Kochkünste zu verbessern. Da hast du absolut recht, Lisa. Wir sollten weiterhin mutig sein und neue Rezepte ausprobieren. Es gibt noch so viele Gerichte zu entdecken. Auf jeden Fall, Tim. Lass uns weiterhin unsere kulinarischen Abenteuer fortsetzen und unsere Leidenschaft fürs Kochen teilen. Ich bin dabei, Lisa. Gemeinsam können wir unsere Kochfähigkeiten weiterentwickeln und noch mehr leckere Gerichte ausprobieren. Das hört sich nach einem Plan an, Tim. Ich freue mich schon auf unser nächstes kulinarische Experiment. Ich auch, Lisa. Es wird bestimmt wieder eine spannende und köstliche Erfahrung. Auf geht's, Tim. Lass uns die Kochschürzen anlegen und loslegen. Dialog 7 Über unseren Lieblingsmusikstil sprechen. In diesem Dialog tauschen Lisa und Max ihre Vorlieben und Erfahrungen bezüglich ihrer Lieblingsmusikstile aus. Sie diskutieren über verschiedene Genres und was sie daran mögen, ohne zu wissen, dass sie beide Deutsch lernen. Hey Max. Ich habe gehört, du hörst gerne Musik. Welches ist dein Lieblingsmusikstil? Hallo Lisa. Ja, Musik ist für mich wichtig. Mein Lieblingsmusikstil ist Rock. Ich mag die Energie und die Gitarrenriffs in Rockmusik. Wie sieht es bei dir aus? Das ist cool, Max. Rock ist auch eine interessante Musikrichtung. Ich persönlich höre gerne Popmusik. Sie ist eingängig und hat oft eingängige Melodien. Das verstehe ich, Lisa. Popmusik hat viele Hits, die im Radio gespielt werden. Es ist toll, wenn man mitsingen und dazu tanzen kann. Hast du einen Lieblingskünstler? Ja, ich mag Taylor Swift sehr gerne. Ihre Songs sind eingängig und ich mag ihre Texte. Sie schreibt über persönliche Erfahrungen, mit denen ich mich oft identifizieren kann. Wie wäre es mit dir? Hast du einen Lieblingsrockkünstler? Ja, ich bin ein großer Fan von ACDC. Ihre energiegeladenen Songs motivieren mich und bringen mich in Stimmung. Außerdem sind ihre Live-Auftritte legendär. Ich war sogar schon auf einem ihrer Konzerte. Wow, das ist fantastisch, Max. ACDC ist eine legendäre Rockband mit einer großen Fangemeinde. Ich kann verstehen, warum du sie magst. Gibt es andere Musikgenres, die du gerne hörst? Neben Rock höre ich auch gerne elektronische Musik. Manchmal ist es schön, sich von den energiegeladenen Gitarrenklängen zu entspannen und den elektronischen Beats zu lauschen. Wie ist es bei dir, Lisa? Magst du noch andere Musikrichtungen? Ja, neben Popmusik höre ich auch gerne A&B und Hip-Hop. Die rhythmischen Beats und die Texte ziehen mich einfach in ihren Bann. Es ist toll, verschiedene Genres zu erkunden und neue Künstler zu entdecken. Das kann ich verstehen, Lisa. A&B und Hip-Hop haben definitiv ihren eigenen Stil und Charme. Es ist schön, dass wir unterschiedliche Vorlieben haben und uns über Musik austauschen können. Absolut. Max, Musik verbindet Menschen und kann uns in unterschiedlichen Stimmungen begleiten. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über Musik sprechen kann. Das stimmt, Lisa. Musik hat die Kraft, uns zu inspirieren und Emotionen zu wecken. Vielleicht können wir auch mal gemeinsam Musik hören und uns gegenseitig neue Songs empfehlen. Das klingt super, Max. Ich bin dabei. Es wird sicher interessant sein, neue Musik zu entdecken. Lass uns das planen. Auf jeden Fall, Lisa. Ich freue mich schon darauf. Musik verbindet uns und lässt uns die Welt auf eine besondere Weise erleben. Absolut. Max, Musik ist eine universelle Sprache. Lass uns diese Sprache gemeinsam erkunden und genießen. Auf jeden Fall, Lisa. Musik verbindet uns und lässt uns die Welt auf eine besondere Weise erleben. Absolut. Max, Musik ist eine universelle Sprache. Lass uns diese Sprache gemeinsam erkunden und genießen. Das klingt großartig, Lisa. Ich freue mich darauf, mehr über deine Lieblingsmusik zu erfahren und unsere gemeinsame Begeisterung für Musik zu teilen. Ich freue mich auch, Max. Musik kann uns in gute Stimmung versetzen und uns gemeinsam zum Tanzen bringen. Es wird sicher eine tolle Erfahrung sein. Definitiv, Lisa. Lass uns diese Erfahrung machen und gemeinsam in die Welt der Musik eintauchen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 8 Ein faszinierendes Gespräch. In diesem Gespräch erkunden Lisa und Max das Thema, Enchanting, und tauschen ihre Eindrücke über faszinierende Orte und Erlebnisse aus. Sie teilen ihre persönlichen Vorlieben und sprechen über die Magie, die solche Erfahrungen mit sich bringen. Hallo Max. Hast du schon einmal etwas Erstaunliches oder Faszinierendes erlebt? Oh ja. Lisa, ich hatte das Glück, das Nordlicht zu sehen. Es war absolut atemberaubend. Das muss magisch gewesen sein. Gibt es noch andere faszinierende Orte, die du empfehlen kannst? Auf jeden Fall. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind wirklich beeindruckend. Die Größe und das Alter dieser Strukturen sind einfach unglaublich. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend sie in echt sein müssen. Ich habe gehört, dass auch der Taj Mahal in Indien sehr faszinierend ist. Ja. Der Taj Mahal ist ein wahrhaft magischer Ort. Seine Architektur und die Liebe, die in seine Errichtung geflossen ist, machen ihn zu einem wunderbaren Ziel. Das klingt wirklich romantisch. Gibt es faszinierende Erlebnisse, die du gemacht hast? Ja. Ich hatte das Vergnügen, an einem Heißluftballonflug teilzunehmen. Das Gefühl, über die Landschaft zu schweben, war einfach zauberhaft. Das hört sich fantastisch an. Ich habe schon immer davon geträumt, einmal einen Wasserfall zu besuchen. Sie scheinen so kraftvoll und gleichzeitig faszinierend zu sein. Wasserfälle sind wirklich beeindruckend. Ich hatte das Glück, die Iguazu-Wasserfälle in Südamerika zu besuchen. Der Anblick und das Geräusch des herabstürzenden Wassers waren unglaublich. Wow, das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Gibt es andere faszinierende Naturphänomene, die du erlebt hast? Ja. Ich war einmal in der Wüste und habe die Schönheit eines Sandsturms erlebt. Es war zwar ein wenig beängstigend, aber auch äußerst faszinierend, die Kraft der Natur zu spüren. Das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Ich frage mich, ob es auch faszinierende Ereignisse in der Tierwelt gibt. Absolut. Ich hatte das Glück, eine große Gruppe von Delfinen in freier Wildbahn zu beobachten. Ihre Eleganz und ihre verspielte Natur haben mich tief beeindruckt. Das klingt nach einer wundervollen Erfahrung. Ich denke, dass faszinierende Erlebnisse uns helfen, die Welt um uns herum besser zu schätzen. Da hast du absolut recht, Lisa. Die Magie und Faszination solcher Orte und Erlebnisse erinnern uns daran, wie vielfältig und wunderbar unsere Welt ist. Dialog 9 Ziele setzen. Die Bedeutung von Zielen. In diesem Dialog diskutieren Laura und Max die Bedeutung des Setzens von Zielen. Sie sprechen über die Vorteile des Zielsetzens und wie es ihnen hilft, ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen. Hallo Max. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen? Hallo Laura. Ja, definitiv. Das Setzen von Zielen hilft uns, eine klare Richtung zu haben und uns auf das zu konzentrieren, was wir erreichen möchten. Ich stimme dir zu, Maximal. Es gibt etwas Motivierendes daran, wenn man weiß, wohin man gehen möchte und sich bewusst dafür einsetzt. Genau. Ohne Ziele könnten wir uns leicht verirren oder uns in unseren Bemühungen verlieren. Absolut. Ziele geben uns auch etwas, auf das wir hinarbeiten können. Sie helfen uns, unseren Fortschritt zu messen und unsere Leistung zu verbessern. Das ist wahr, Laura. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, können wir uns darauf fokussieren und unsere Energie und Ressourcen effektiver einsetzen. Hast du ein bestimmtes Ziel, das du erreichen möchtest, Max? Ja. Ich habe das Ziel, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Ich möchte fließend Deutsch sprechen können. Das ist ein großartiges Ziel, Maximal. Wie gehst du daran, es zu erreichen? Ich habe einen Lernplan erstellt und setze mir wöchentliche Ziele, um mein Vokabular zu erweitern und meine Grammatik zu verbessern. Außerdem versuche ich, regelmäßig Deutsch zu sprechen. Das klingt nach einem gut durchdachten Plan. Mit der richtigen Herangehensweise und dem Fokus auf deine Ziele wirst du sicherlich Erfolg haben. Danke, Laura. Ich denke, es ist wichtig, realistische Ziele zu setzen und sie in kleinere Schritte aufzuteilen, um den Fortschritt zu erleichtern. Das stimmt. Große Ziele können manchmal überwältigend wirken, aber wenn wir sie in kleinere Etappen aufteilen, wird es viel machbarer. Genau, Laura. Es ist auch wichtig, sich selbst zu belohnen, wenn wir Meilensteine erreichen oder unsere Ziele erfolgreich abschließen. Da hast du recht. Belohnungen helfen uns, motiviert zu bleiben und den Spaß am Erreichen unserer Ziele nicht zu verlieren. Absolut. Es ist erfüllend, Ziele zu setzen und sie zu erreichen. Es gibt uns ein Gefühl von Erfüllung und Selbstzufriedenheit. Ich denke, das Setzen von Zielen ist eine wichtige Lebensgewohnheit. Es hilft uns, unsere Träume zu verwirklichen und das Beste aus uns herauszuholen. Ganz genau, Laura. Wenn wir Ziele haben, haben wir etwas, das uns antreibt und uns dazu inspiriert, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Danke, Max, für dieses inspirierende Gespräch über die Bedeutung von Zielen. Es hat mir geholfen, meine eigenen Ziele zu reflektieren und zu schätzen. Gern geschehen, Laura. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Verfolgung deiner Ziele. Lass uns weiterhin motiviert bleiben und uns gegenseitig unterstützen. Auf jeden Fall, Maximal. Zusammen können wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen. Genau, Laura. Lass uns an uns arbeiten und die Vorteile des Zielsetzens in vollen Zügen genießen. Ich bin bereit dafür, Maximal. Lass uns loslegen und unsere Ziele erreichen. Auf geht's, Laura. Wir können es schaffen. Lass uns unser Bestes geben und unsere Träume Wirklichkeit werden lassen. Dialog 10 Ein Gespräch über Glühwürmchen. In diesem Dialog unterhalten sich Lena und Tom über das faszinierende Phänomen der Glühwürmchen. Sie teilen ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit den kleinen leuchtenden Insekten und sprechen über deren Bedeutung in der Natur. Hallo, Tom. Ich habe gestern Abend Glühwürmchen gesehen. Es war so magisch, sie in der Dunkelheit leuchten zu sehen. Hallo, Lena. Ja. Glühwürmchen sind wirklich faszinierend. Ihre leuchtenden Körper in der Nacht sind wie kleine Sterne. Wo hast du sie gesehen? Ich habe sie im Park in der Nähe meines Hauses gesehen. Es war ein warmer Sommerabend und sie waren überall in den Büschen und Bäumen. Hast du schon einmal Glühwürmchen beobachtet? Ja. Ich habe das Glück gehabt, Glühwürmchen in der Natur zu sehen. Es ist so beruhigend und zauberhaft, ihnen zuzuschauen. Ich habe gehört, dass sie ihr Leuchten benutzen, um Partner anzulocken. Ja, das ist richtig. Die Männchen leuchten, um die Weibchen anzuziehen. Es ist ihr Weg, um zu kommunizieren und sich zu paaren. Es ist erstaunlich, wie die Natur solche Mechanismen entwickelt hat. Absolut. Glühwürmchen sind ein wunderbares Beispiel für die Vielfalt und Schönheit der Natur. Ihr Leuchten bringt auch eine gewisse Romantik in die Nacht, finde ich. Das stimmt. Es gibt etwas Magisches und Märchenhaftes an Glühwürmchen. Man fühlt sich fast wie in einer anderen Welt, wenn man sie beobachtet. Hast du eine Idee, warum sie leuchten? Ja. Sie leuchten durch eine chemische Reaktion in ihrem Körper. Das Licht wird durch ein Enzym erzeugt, das Luciferase genannt wird. Es ist erstaunlich, wie solche kleinen Insekten so ein intensives Leuchten erzeugen können. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe auch gelesen, dass Glühwürmchenlarven biolumineszentes Licht erzeugen können. Sie nutzen es, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Ja. Das ist richtig. Die Larven haben eine leuchtende Warnung, um Raubtiere abzuschrecken. Die Natur ist voller erstaunlicher Anpassungen und Überlebensstrategien. Definitiv. Glühwürmchen sind ein wunderbares Beispiel für die Harmonie zwischen Natur und Lebewesen. Es ist wichtig, solche kleinen Wunder zu schützen und zu bewahren. Da hast du absolut recht, Lena. Die Natur ist kostbar und wir sollten sie respektieren und schützen. Glühwürmchen erinnern uns daran, wie schön und verletzlich unsere Umwelt ist. Genau. Es wäre schade, wenn zukünftige Generationen nicht die Möglichkeit hätten, Glühwürmchen in ihrer ganzen Pracht zu erleben. Wir sollten unsere Umwelt schützen, damit sie weiterhin in all ihrer Schönheit existieren können. Das sehe ich genauso, Lena. Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, die Natur zu bewahren und diese kleinen Wunder wie die Glühwürmchen zu schätzen. Absolut. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es durch bewusstes Handeln oder das Teilen von Wissen und Begeisterung. Lasst uns die Magie der Glühwürmchen in unseren Herzen tragen und die Schönheit der Natur feiern. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 11 Inspirierende Zitate austauschen In diesem Gespräch teilen zwei Personen ihre Lieblingszitate, die sie inspirieren. Hallo. Ich habe gerade ein tolles Zitat gelesen, das mich wirklich inspiriert hat. Möchtest du es hören? Ja, natürlich. Ich bin immer offen für inspirierende Zitate. Bitte erzähl mir mehr. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Das hat Albert Einstein gesagt. Ich finde es motivierend, immer aktiv zu bleiben und nach vorne zu schauen. Es erinnert mich daran, dass Veränderung und Fortschritt wichtig sind. Das ist ein großartiges Zitat. Es erinnert mich daran, dass man im Leben nicht stehen bleiben sollte. Ich habe auch ein Zitat, das mich inspiriert. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Dieses Zitat stammt von Lao Tse. Es hilft mir, fokussiert zu bleiben und meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist sehr weise. Es erinnert mich daran, dass es wichtig ist, Ziele im Leben zu haben und hart dafür zu arbeiten. Ein anderes Zitat, das mir gefällt, lautet, Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Es stammt von Mark Twain. Es ermutigt mich, meinen Leidenschaften zu folgen und meine Träume zu verwirklichen. Das ist wirklich ermutigend. Es erinnert mich daran, dass ich in schwierigen Zeiten nicht aufgeben sollte, sondern nach Lösungen suchen und gestärkt daraus hervorgehen sollte. Noch ein Zitat, das mich inspiriert, stammt von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Das ist ein sehr inspirierendes Zitat. Es erinnert mich daran, dass wir selbst den ersten Schritt machen müssen, um eine positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Danke, dass du diese Zitate mit mir geteilt hast, Julia. Sie haben mich wirklich motiviert. Gern geschehen, Maximal. Es war schön, diese inspirierenden Zitate mit dir zu teilen. Sie erinnern uns daran, dass das Leben voller Möglichkeiten und Chancen ist, wenn wir offen dafür sind. Das stimmt. Ich werde diese Zitate im Hinterkopf behalten und mich von ihnen inspirieren lassen. Vielen Dank. Kein Problem. Maximal. Es war eine inspirierende Unterhaltung. Lass uns weiterhin nach positiven Zitaten suchen und uns gegenseitig motivieren. Das machen wir auf jeden Fall, Julia. Lass uns weiterhin inspiriert bleiben und andere Menschen dazu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Absolut. Auf eine inspirierte Zukunft. Auf eine inspirierte Zukunft. Dialog 12 Ein Gespräch über Mystery, Romantik und Fantasy. In diesem Dialog tauschen Emma und Jonas ihre Vorlieben für verschiedene Buchgenres aus. Sie diskutieren über Mystery, Romantik und Fantasy und teilen ihre Lieblingsbücher und warum sie diese gerne lesen. Hallo Jonas. Welches ist dein Lieblingsbuchgenre? Hallo Emma. Ich liebe Mysterybücher. Es gibt etwas Aufregendes an der Lösung von Rätseln und dem Eintauchen in geheimnisvolle Geschichten. Das klingt spannend, Jonas. Welches Mysterybuch würdest du empfehlen? Ich kann dir Der Name der Rose von Umberto Eco empfehlen. Es ist ein fesselnder historischer Kriminalroman mit vielen unerwarteten Wendungen. Das klingt interessant. Ich mag eher romantische Bücher. Es ist schön, sich in die Liebesgeschichten der Charaktere einzufühlen. Verstehe ich vollkommen, Emma. Gibt es ein bestimmtes romantisches Buch, das du besonders magst? Oh ja, Stolz und Vorurteil von Jane Austen ist eines meiner Lieblingsbücher. Die Entwicklung der Beziehung zwischen Elisabeth Bennet und Mr. Darcy ist einfach faszinierend. Das Buch ist ein Klassiker. Ich kann verstehen, warum es so beliebt ist. Romantik kann eine schöne Flucht aus dem Alltag sein. Definitiv. Aber ich muss sagen, Fantasybücher haben auch ihren Reiz. Es ist aufregend, in eine magische Welt einzutauchen und Abenteuer zu erleben. Da stimme ich dir zu, Emma. Gibt es ein bestimmtes Fantasybuch, das du empfehlen kannst? Absolut. Der Herr der Ringe, von J. R. R. Tolkien ist ein zeitloser Klassiker. Die epische Geschichte, die Tolkien geschaffen hat, ist einfach atemberaubend. Das Buch steht schon lange auf meiner Leseliste. Es scheint eine große Welt voller fantastischer Kreaturen und Abenteuer zu sein. Ja, es ist definitiv ein Buch, das man gelesen haben sollte, besonders wenn man Fantasy liebt. Es eröffnet eine völlig neue Vorstellungskraft. Danke für die Empfehlung, Emma. Ich werde es definitiv lesen. Es ist schön zu sehen, wie unterschiedliche Büchergenres verschiedene Vorlieben ansprechen. Absolut. Jonas, es ist großartig, wie Bücher uns in verschiedene Welten entführen und uns neue Perspektiven bieten können. Genau. Bücher sind wie ein Fenster zu anderen Welten und Gedanken. Es ist wunderbar, wie sie uns bereichern können. Da sind wir uns einig. Egal, welches Genre man bevorzugt, das Lesen ist eine fantastische Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Dinge zu entdecken. Da hast du recht, Emma. Es gibt nichts Besseres, als in ein gutes Buch einzutauchen und sich von der Geschichte mitreißen zu lassen. Definitiv. Lasst uns weiterhin unsere Lieblingsbücher genießen und über sie sprechen. Es gibt immer so viel zu entdecken. Absolut. Emma. Lass uns die Welt der Bücher erkunden und unsere Leidenschaft für das Lesen teilen. Es gibt noch so viele Geschichten zu entdecken. Dialog 13 Lieblingsfrühstück. In diesem Dialog tauschen Lisa und Max ihre Meinungen über ihre Lieblingsfrühstücksspeisen aus. Sie diskutieren verschiedene Gerichte und teilen ihre Vorlieben und Erinnerungen. Guten Morgen, Max. Hast du Zeit für eine kleine Frühstücksunterhaltung? Guten Morgen, Lisa. Natürlich. Gerne. Worüber möchtest du sprechen? Ich dachte, wir könnten über unsere Lieblingsfrühstücksspeisen sprechen. Was isst du am liebsten zum Frühstück? Oh. Da gibt es so viele leckere Optionen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, mein Favorit ist ein herzhaftes Rührei mit Toast und Bacon. Das klingt köstlich. Ich mag auch herzhafte Frühstücke. Aber mein absoluter Favorit ist French Toast mit Ahornsirup und frischen Beeren. Hm. Das klingt himmlisch. Ich mag auch süße Frühstücksspeisen. Pancakes mit Schokoladensauce sind eine meiner Schwächen. Oh ja. Pancakes sind fantastisch. Besonders mit Früchten und einer Prise Puderzucker. Das erinnert mich an Sonntagsfrühstücke zu Hause. Sonntage sind perfekt für ausgiebige Frühstücke. Was hältst du von Müsli oder Joghurt mit Früchten? Das ist eine gesunde Option, die ich oft wähle, wenn ich schnell etwas zum Frühstück brauche. Müsli mit Joghurt und frischem Obst ist eine tolle Kombination. Stimmt. Es ist ein leichtes und erfrischendes Frühstück. Ich finde es auch schön, wenn ich morgens Zeit habe, ein frisches Omelette mit Gemüse zuzubereiten. Omelettes sind eine gute Möglichkeit, Protein und Gemüse in die erste Mahlzeit des Tages einzubringen. Es ist toll, wie vielseitig das Frühstück sein kann. Definitiv. Ich denke auch, dass ein gutes Frühstück den Tag energiegeladen beginnen lässt. Hast du noch weitere Favoriten? Ja. Wenn ich etwas Schnelles möchte, greife ich oft zu einem Joghurt mit Haferflocken und Früchten. Es ist leicht vorzubereiten und sättigend. Das klingt nach einer praktischen Option für unterwegs. Manchmal genieße ich auch ein einfaches Buttercroissant mit einer Tasse Kaffee. Croissants sind eine klassische Wahl. Besonders frisch aus der Bäckerei schmecken sie am besten. Ach, ich liebe es einfach, über Frühstück zu sprechen. Ich auch, Lisa. Es ist eine Mahlzeit, die uns auf den Tag einstimmt und uns mit Energie versorgt. Danke für diese unterhaltsame Frühstücksunterhaltung. Gern geschehen, Max. Es hat Spaß gemacht, unsere Lieblingsfrühstücksspeisen zu teilen. Guten Appetit und einen schönen Tag. Dir auch, Lisa. Genieße dein nächstes Frühstück und bis bald. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 14 Ein Konzertabenteuer In diesem Dialog sprechen Laura und Max über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Besuch eines Musikkonzerts. Sie teilen ihre Eindrücke und erinnern sich an besondere Momente, die sie während des Konzerts erlebt haben. Hey Max, hast du jemals ein Musikkonzert besucht? Ja. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Konzert meiner Lieblingsband. Es war wirklich unglaublich. Oh, das klingt toll. Welche Band hast du gesehen? Ich habe die Band, The Soundwaves, gesehen. Sie spielen Pop-Rock-Musik und ich bin ein großer Fan ihrer Songs. Wie war die Atmosphäre während des Konzerts? Die Atmosphäre war einfach fantastisch. Es waren so viele Menschen da und alle waren so energiegeladen. Die Band hat die Menge richtig angeheizt. Das klingt wirklich aufregend. Gibt es einen bestimmten Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, definitiv. Während eines Liedes, das ich besonders mag, habe ich mitgesungen und plötzlich hat mich jemand neben mir angesprochen. Es stellte sich heraus, dass die Person auch ein großer Fan der Band war und wir haben uns sofort super verstanden. Das ist ja cool. Es ist toll, wie Musik Menschen verbinden kann. Hat die Band auch andere besondere Dinge während des Konzerts gemacht? Ja. Die Band hat während eines Songs Konfetti in die Menge geworfen. Das war wirklich spektakulär. Es hat die Stimmung noch mehr angeheizt und wir alle haben getanzt und gelacht. Das hört sich nach einer unvergesslichen Erfahrung an. Ich erinnere mich auch an ein Konzert, das ich vor einiger Zeit besucht habe. Es war eine große Outdoor-Veranstaltung mit verschiedenen Künstlern. Das klingt spannend. Was hat dir an dem Konzert besonders gut gefallen? Mir hat vor allem die Vielfalt der Musik gefallen. Es gab unterschiedliche Genres und Stile, von Pop über Rock bis hin zu elektronischer Musik. Es war faszinierend, so viele verschiedene Künstler auf einer Bühne zu sehen. Das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Gibt es einen bestimmten Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja. Während des Konzerts gab es einen emotionalen Moment, als ein Sänger eine Ballade sang. Die ganze Menge wurde still und jeder lauschte gebannt der wunderschönen Musik. Das klingt nach einem bewegenden Moment. Konzerte können wirklich eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Absolut. Es ist einfach toll, Live-Musik zu erleben und sich von der Energie der Künstler und der Menge mitreißen zu lassen. Da stimme ich dir zu, Laura. Konzerte sind etwas Besonderes und ich freue mich schon auf mein nächstes Konzertabenteuer. Ich auch, maximal. Es gibt nichts Vergleichbares zu einem Live-Konzert-Erlebnis. Hast du noch weitere Konzerte auf deiner Wunschliste? Oh ja. Da gibt es noch so viele Künstler, die ich gerne live sehen möchte. Zum Beispiel würde ich gerne einmal ein Konzert von The Starlights besuchen. Ihre Musik ist einfach großartig. The Starlights sind wirklich talentiert. Ich hatte das Glück, sie vor ein paar Jahren live zu sehen. Ihr Konzert war der Hammer. Das klingt fantastisch. Ich hoffe, ich bekomme bald die Gelegenheit, sie live zu erleben. Gibt es noch andere Konzerte, auf die du dich freust? Ja. Ich habe Tickets für ein Konzert von The Harmony Singers gekauft. Sie sind bekannt für ihre beeindruckenden Gesangsdarbietungen. Ich kann es kaum erwarten. Wie aufregend. Ich habe viel Gutes über The Harmony Singers gehört. Du wirst sicherlich eine tolle Zeit haben. Danke, Laura. Ich bin wirklich gespannt auf das Konzert. Es ist immer wieder aufregend, neue Musiker und Bands live zu entdecken. Absolut. Das ist das Schöne an Konzerten. Man kann neue Talente entdecken und die Leidenschaft der Künstler hautnah erleben. Genau. Es ist etwas Besonderes. Wenn man die Musik live hört, die man so sehr liebt. Es verbindet die Menschen und schafft unvergessliche Erinnerungen. Da hast du recht, Maximal. Die Energie, die von der Bühne und der Menge ausgeht, ist einfach unbeschreiblich. Ich freue mich schon auf mein nächstes Konzertabenteuer. Ich auch, Laura. Es wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis werden. Lass uns unsere Musikliebe weiterhin teilen und neue Konzertmomente schaffen. Auf jeden Fall. Maximal. Musik verbindet uns alle und Konzerte sind eine großartige Möglichkeit, diese Verbindung zu spüren. Lasst uns weiterhin die Magie der Live-Musik genießen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Laura. Auf viele weitere unvergessliche Konzertmomente. Prost darauf, Max. Dialog 15 Ein Gespräch über Rom In diesem Dialog unterhalten sich Anna und Luca über die faszinierende Stadt Rom. Sie tauschen ihre Erfahrungen und Eindrücke über Sehenswürdigkeiten, die italienische Küche und ihre Reiseerlebnisse in Rom aus. Hallo Luca. Ich habe gehört, du warst kürzlich in Rom. Wie war es? Hallo Anna. Ja, ich war vor zwei Wochen in Rom und es war fantastisch. Rom ist eine atemberaubende Stadt mit einer reichen Geschichte. Die Sehenswürdigkeiten sind einfach beeindruckend. Besonders hat mir das Kolosseum gefallen. Es war faszinierend, diese antike Arena zu besichtigen. Warst du schon mal in Rom? Nein. Leider noch nicht. Aber ich träume schon lange davon, Rom zu besuchen. Ich habe so viel über das Kolosseum, den Petersdom und den Trevi-Brunnen gehört. Welche Sehenswürdigkeiten hast du noch besucht? Ich habe auch den Petersdom besichtigt. Er ist wahrhaftig beeindruckend, sowohl von innen als auch von außen. Der Vatikanstaat ist ein weiteres Highlight. Die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Museen sind absolut sehenswert. Und das Beste daran ist, dass man von der Kuppel des Petersdoms einen fantastischen Blick über die Stadt hat. Das klingt wirklich unglaublich. Ich liebe die italienische Küche. Hast du während deines Aufenthalts in Rom auch einige italienische Spezialitäten probiert? Oh ja. Definitiv. Die italienische Küche ist einfach köstlich. Ich habe Pasta Carbonara, Pizza Margherita und Gelato probiert. Es war ein Fest für meinen Gaumen. Die Restaurants in Rom bieten eine große Auswahl an leckeren Gerichten. Was sind deine Lieblingsspeisen der italienischen Küche? Ich liebe Pasta, besonders Spaghetti Bolognese. Und natürlich kann ich Pizza nicht widerstehen. Das italienische Essen ist einfach so vielfältig und lecker. Wenn ich in Rom wäre, würde ich sicherlich viel essen und genießen. Das kann ich gut verstehen. Rom ist ein Paradies für Genießer. Es gibt so viele gemütliche Trattorien und Cafés, in denen man die italienische Küche in vollen Zügen genießen kann. Neben dem Essen gibt es in Rom aber auch noch so viel zu entdecken. Absolut. Ich habe gehört, dass die Atmosphäre in den Gassen von Rom sehr charmant ist. Es gibt sicherlich viele kleine versteckte Ecken und romantische Plätze, die es zu erkunden gilt. Ja, das stimmt. Die kleinen Gassen und Piazzas haben ihren eigenen Charme. Ich habe viel Zeit damit verbracht, durch die Straßen zu schlendern und die Atmosphäre der Stadt aufzusaugen. Rom ist wirklich eine Reise wert. Dialog 16 Meine Lieblingsfrucht In diesem Gespräch teilen Laura und Tom ihre Vorlieben und Erfahrungen mit ihrer Lieblingsfrucht. Hey Tom, was ist deine Lieblingsfrucht? Meine Lieblingsfrucht ist die Banane. Ich mag ihren süßen Geschmack und sie ist so praktisch zum Mitnehmen. Wie ist es bei dir? Meine Lieblingsfrucht ist die Erdbeere. Ich liebe ihre frische und saftige Textur. Außerdem erinnern sie mich immer an den Sommer. Warum magst du Bananen so sehr? Bananen sind lecker und auch eine gute Energiequelle. Sie sind perfekt für einen schnellen Snack oder um sie in Smoothies zu mischen. Außerdem sind sie reich an Kalium, was gut für die Muskeln ist. Warum magst du Erdbeeren? Erdbeeren sind einfach köstlich. Sie sind süß und haben eine angenehme Säure. Außerdem sind sie vielseitig einsetzbar. Man kann sie in Desserts, Salaten oder einfach pur genießen. Hast du noch andere Früchte, die du gerne magst? Ja, ich mag auch Äpfel. Sie sind erfrischend und knackig. Es gibt so viele verschiedene Sorten und man kann sie das ganze Jahr über genießen. Wie ist es bei dir? Äpfel sind auch lecker. Ich mag besonders Granny Smith Äpfel, weil sie schön sauer sind. Hast du eine besondere Erinnerung mit Bananen, die dir im Gedächtnis geblieben ist? Ja, als ich klein war, habe ich oft Bananen mit Schokolade überzogen und sie als Nachtisch gegessen. Das war immer ein besonderer Genuss. Hast du eine spezielle Erinnerung mit Erdbeeren? Als ich ein Kind war, habe ich mit meiner Familie oft Erdbeeren gepflückt. Wir hatten so viel Spaß dabei, die besten und süßesten Erdbeeren auszuwählen. Es war immer ein tolles Erlebnis. Das klingt nach einer schönen Erinnerung. Es ist toll, wie Früchte solche positiven Erinnerungen hervorrufen können. Gibt es noch etwas Besonderes, das du über Erdbeeren sagen möchtest? Ja, Erdbeeren sind auch sehr gesund. Sie enthalten viele Vitamine und Antioxidantien. Es ist schön zu wissen, dass etwas so Leckeres auch gut für den Körper ist. Das stimmt. Gesunde Ernährung ist wichtig. Ich bin froh, dass wir so viele leckere Früchte zur Auswahl haben. Gibt es noch eine Frucht, die du gerne ausprobieren möchtest? Ich würde gerne mal Drachenfrucht probieren. Sie sieht so exotisch aus und ich habe viel Gutes darüber gehört. Wie sieht es bei dir aus? Ich möchte gerne Guave probieren. Ich habe viel darüber gelesen und es soll einen einzigartigen Geschmack haben. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig von unseren Erfahrungen berichten, wenn wir diese Früchte ausprobieren. Das klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf. Es war schön, über unsere Lieblingsfrüchte zu sprechen, Tom. Ja, das war es. Früchte sind wirklich erstaunlich. Bis bald, Laura. Bis bald, Tom. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 17 Die vielseitige Kokosnuss In diesem Gespräch tauschen sich Laura und Jonas über die vielseitige Verwendung der Kokosnuss aus. Sie sprechen über den Geschmack, die verschiedenen Produkte und ihre persönlichen Vorlieben bezüglich Kokosnuss. Guten Tag, Jonas. Ich habe gehört, du magst Kokosnüsse. Was gefällt dir daran? Guten Tag, Laura. Ja, ich liebe Kokosnüsse. Der Geschmack ist einfach herrlich. Sie sind so erfrischend und exotisch. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag den Geschmack auch. Besonders in Desserts und tropischen Getränken. Hast du einen Favoriten unter den kokosbasierten Produkten? Oh ja. Kokosmilch ist definitiv mein Favorit. Ich verwende sie oft beim Kochen, um meinen Gerichten eine cremige und exotische Note zu verleihen. Verwendest du Kokosmilch auch? Ja. Ich benutze sie gerne in Curries und Smoothies. Es ist eine gesunde Alternative zu Sahne- oder Milchprodukten. Hast du schon einmal Kokosöl ausprobiert? Ja. Ich benutze es oft zum Kochen. Es hat einen angenehmen Geschmack und eignet sich gut zum Braten oder Backen. Verwendest du Kokosöl auch in der Küche? Ja. Ich benutze es zum Backen und auch als Haarpflegeprodukt. Es macht meine Haare schön weich und glänzend. Hast du noch andere Produkte entdeckt, die aus Kokosnüssen hergestellt werden? Ja. Es gibt auch Kokosnusswasser. Es ist ein erfrischendes Getränk, das reich an Mineralien ist. Ich trinke es gerne nach dem Sport, um mich zu hydratisieren. Hast du es schon probiert? Ja. Ich habe es ausprobiert und finde es auch sehr erfrischend. Es ist eine gute Alternative zu gesüßten Getränken. Gibt es noch etwas, das du über Kokosnüsse teilen möchtest? Ja. Man kann sogar Kokosnussschale als natürlichen Pflanzendünger verwenden. Es ist umweltfreundlich und eine gute Möglichkeit, Pflanzen zu pflegen. Wie findest du das? Das ist interessant. Ich wusste nicht, dass man Kokosnussschale als Dünger verwenden kann. Es zeigt, wie vielseitig Kokosnüsse sind. Ich denke, ich werde es ausprobieren. Gibt es noch etwas, was du gerne mit Kokosnüssen machst? Neben dem Kochen und Trinken verwende ich auch Kokosnuss in meiner Hautpflege. Kokosnussöl ist ein großartiger Feuchtigkeitsspender und hält meine Haut weich. Es ist erstaunlich, wie viele Verwendungsmöglichkeiten es gibt. Das stimmt. Die Kokosnuss ist wirklich ein Wundermittel der Natur. Vielen Dank für die Tipps und Anregungen, Jonas. Ich werde definitiv mehr mit Kokosnüssen experimentieren. Gern geschehen, Laura. Es war schön, sich über Kokosnüsse auszutauschen. Viel Spaß beim Ausprobieren neuer Rezepte und Produkte. Danke, Jonas. Dir auch viel Freude beim Genießen der vielseitigen Kokosnuss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren. Tschüss.